Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Insurgency. Wo seid ihr Jungs? Ich möchte eigentlich Insurgency sein. Ich bin Insurgency. Ich bin auch Insurgency. Ich kann nicht rüberdrauen. Nein. Ich will zu den Insurgency. Dann geh aber vor den Spektator. Ich bin Security. Okay, ich bin auch Security. Ja Leute, willkommen zurück zu Insurgency. Wie ihr hört, der Alex ist dabei und der Micha ist wieder dabei. Hallo. Hat alles was damit auf sich, dass der Micha momentan bei uns in der Küche sitzt. Wunderlich. Weil Micha ist homeless und ja. Ja genau, fick dich, ja. Müsst ihr ihr protecten oder müssen wir eingreifen? Wisst ihr das schon? Wirst du die Security? Das ist die Security. Ich muss verteidigen. Okay, dann nehme ich mal... Bei den Sursions sind wieder zwei Leute weniger, von daher nehme ich mich bei denen an. Ja, aber wie der Jan schon eben gesagt hatte, ist er mich aus halber Stadt zu uns zu Besuch gekommen. Ja, genau. Und ja, wir spielen heute wieder Insurgency. Strike spielen wir heute auf der Map Siege. Das soll hier wohl so ein bisschen backtrack mäßig sein. Nein, die Map heißt Siege, die Map heißt Siege, ja? Die heißt Siege. Ja, natürlich, weil es auch ein deutsches Spiel ist. Ja, es ist ein deutsches Spiel, verdammt. Verdammt! Da kamen zwei, wie ihr gesehen habt. Das war dann natürlich ein bisschen dumm. Äh, der Trickster, der muss aufpassen, da sind welche. Alex, bist du noch drinne? Wie? Der Scamba ist wie der AFK. So, wir gucken jetzt mal dem Alex zu, wie er gleich stirbt. Oh nein, das ist wieder der Typ, der mit... Hey! Boah, Alter, das war... Hast du da? Ne, das war, äh, das war... Alex war das. Nein, ich. Aber ich hab's betätet deswegen. Shit! Ach ja, Leute, wir spielen wie gesagt mal wieder Insurgency und wir hoffen, dass sich auch ein paar Leute von euch melden, damit wir mal zusammenspielen können, wenn das Spiel macht eigentlich am meisten Spaß, wenn man es mit möglichst vielen Leuten im TS ist und dann einfach, äh, zusammenzeugt, weil man sich dann am besten koordinieren kann. Ähm, Micha, bist du mittlerweile schon wieder rübergekommen zu uns? Äh, nein, nein, nein. Micha, Micha macht einen auf Verräter. Micha, das kann ich dir wohl, glaub ich, nie verzeihen. Micha macht einen auf Taliban. Micha, du mieser kleiner Taliban. Micha macht einen auf Alakbar. Ich geh mal, lass mal den Ace of Penguins. Geh mal vor. Go, go. Na super, jetzt hat er das Game geläftet. So lobe ich mir das. Scheiße, da war... Oh, da hinten saß noch einer. Lüll. Ach ja, wie läuft's gerade bei mir? Weil da, wenn du gesagt, 2-2-2. Superoptimal. Alter, was schießen die denn gegenseitig alle auf sich? Ja, das ist ein Tom. Tom, Sensei, Tom! Ja, das gibt's immer... Also wie gesagt, das ist ähnlich wie bei Red Orchestra. Haben wir ja in der letzten, ersten Folge schon gesagt, ähm, hier ist Friendly Fire generell immer online. Und, äh, daher kann das schon öfters mal passieren, dass man sich so, ja, ne? Hm, gegenseitig, äh, vergewaltigt. Wenn hoffenballert. Aber darauf stehen wir ja, wie ihr wisst. Ah, ah, ah. Ah. Wer steht denn da jetzt schon wieder... Scamba steht da schon wieder AFK. Ah, das ist sowas lobe ich mir, ne? Das ist... Das ist Team-Play. What the fuck? Ah, nee, haben die. Beat. Beat. Echo ist down, Echo ist down. Wir müssen hoch. They destroyed Echo. Beat. Wo sind die denn so schnell hin? Ja, die sind wahrscheinlich schon wieder weg. Oh, scheiße. Ich hab grad fast einen von meinen Leuten erschossen. Go, go. Hab ein Gegner erledigt. Ich bin irgendwo mitten im Feindesland, Leute. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Da liegt ja um meinen Leuten. Von hinten kam einer. Da bin ich bereits schon mal befragt worden, der DRK, Herr. Ich hab dich gerecht, ja. Das ist so sehr gut, das Wort nicht. Bist du noch am Leben? Oh, ja. Ich bin tatsächlich noch am Leben. Da seht ihr unseren guten Freund. Saddam Hussein. Nein. Oh, Gott. Aus dem Fels hat mich einer erschossen. Ich hab gerade... Dammit. Nein. Wir haben gerade jetzt auf der Aufnahme unseren guten alten Freund Saddam Hussein. Hussein. Das war schon echt ein kleiner Schlingel, muss man sagen, ne? Ja. Richtig kleiner Schlingel. Ein kleiner Rabaukel war das. Kleiner Scharlatan. Hm. Ein richtiger, den muss man mal ordentlich in den Hintern versuchen. Der kriegt halt kein Eis. Ein kleiner Bub, der eine Schelle of Justice verdient hat. Aber so richtig, so richtig, so richtig geklatscht. Nur so richtig klatschen, Alter, bei dem. Oh, what the fuck. Oh, nein, 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 nein. Leute. Oh, Gott. Nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, ich weiß das auch nicht. Biaj ist in AFK, Alter. Diese Biaj hat mich in der letzten Runde, die wir aufgenommen haben, mehrmals Team gekillt, Alter. Wo ist Biaj? Biaj, 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 Biaj. Diese dumme Biaj, AFK. Die Biaj. Ich habe Biaj mal ins Gesicht geschossen. Ja, und wenn du dich aber nicht zu oft machen, dann wirst du gekickt. Ich weiß. Gekickt von der Server. Wer hat 82? Äh, ich nicht. Du nicht, mich, ja. What the fuck, wird meine, mir wird meine Dings gar nicht angezeigt, meine KD. Äh, ja, es ist ein neun Patch, ist so, dass man eben nicht mehr schauen kann, ob man den jetzt gefehlt hat oder nicht. What the fuck? Indem man einfach Tab drückt und sich den Score anschaut. Echt? Nein. Das wird erst geupdated, wenn man wieder im Spawn ist. Ja, ich sehe es gerade. Oh, krass. Macht das Ganze noch einen Tacken realistischer. Da ist wieder unser Freund Saddam Hussein. Und Biaj ist wieder da. Oh, Leute, 3 zu 5. Und das war gerade ein mega Fail, wie ihr gesehen habt. LOL, was geht bei Trixor, Alter? Micha hatte mich mit dieser verwirrenden Info vollgepumpt und da konnte ich einfach nicht sehen, dass da jemand steht, wisst ihr? Oh, ein Victory. Siegreich. Ihr hättet gerade mal Trixor sehen sollen, ey, was der für ein Luck hatte, ne? Ohne Witz. Äh, ich erbarne mich mal den Surgents und soll. Und den mal wieder. Oh, Ross. Hast du uns nicht mehr lieb? Äh, natürlich hab ich ja immer noch lieb. Der hat ihn nicht gewährleisten. Er steht in mir drinne. Oh, Gott, er vergewaltigt mich. Da sind die Insurgents auch mehr, danke mir. Und er heißt Big Banana. Oh, Gott, das macht das noch viel schlimmer. So, wir laufen wie immer, wie auch vorhin schon. Ich muss mich mal kurz kratzen, so jetzt. Ich stell mich erst mal hier ans Fenster und... Immer noch ein bisschen nach draußen. Oh, Jesus Christus. Oh, Scheiße, Entschuldigung. Wobei, nee, nee, ich geh runter. Ich geh runter und lauf mal über die Street. Oh, Gott, ist der dämlich, ey. Der rennt da. Und hoffe, dass ich nicht abgeknallt werde. Ich hab's überlebt. I will survive. Oh, hier ist gerade gar kein Punkt. Diesmal. Oh, der Punkt ist da vorne, Alter. Wehe. Das ist natürlich... Nicht so geil. Ja, nee. Hm, ist klar. Camper-Piss-Arsch. Es ist Eiservideo. Eiservideo. Spatens, ey. Ja, ist klar, ne. Spatens, wirklich? Ja, Oberspatens. Ganz langsam. Big Banana, los. Hau sie mit deiner Big Banana. Hinter jeder Ecke könnte ein Terrorist lauern. Und D ist weg. Der Schritt. Könnte mein letzter sein. Doch hält mich das auf. Hält mich das davon ab, meine Mission zu erfüllen. Nein, natürlich nicht. Das wäre super cool, wer. Wenn du mal die Fresse ölst. Nein, das hält sich davon ab, meine Mission zu erfüllen. Scheiße. Oh, mein Gott. Rechtsverlieben. Oh, was für ein Lack. Was für ein Lack. Was für ein Lacker. Ja, in den Games, wo ich nicht aufnehme, da spiele ich richtig gut und so. Und jetzt spiele ich einfach nur Scheiße. Wenn man derselbe misst. Natürlich, ja, natürlich. Oh, komm. Die hocken da immer noch drin. Man kommt hier nicht rein. Müsst ihr doch gar nicht. Nein, nein. Oh, war das knapp. Boah, Alter, war das knapp. Das war jetzt mal gerade gut, dass ich es aufgenommen habe. Da war schon knappes Ding, du, ne? Da war schon knappes Ding. Da war schon knappes Ding. Oh, die gehen immer wieder da lang, obwohl die doch wissen, dass die da oben runterschießen. Nein. Warum, Gott, warum ich? Warum ich? Oh, komm. Wo war der denn jetzt schon wieder? Naja, immerhin. Da waren aber eben ein paar gute Kills dabei. Oh, Leute, das ist ja echt arm hier. Warum habe ich endlich eine Scheiß-Smoke-Grenade dabei, ja? Weil ich eine Frack nicht mitnehme kann, oh shit. Tja, so kann es gehen, ne? Warte, ich nehme auch mal kurz noch einen Smoke mit. Die können manchmal echt Leben retten. Ja, supergeil. Destroyed Bravo. Dammit, wo ist unser letzter Punkt eigentlich? Eh, der ist hier oben. Sagt das nicht. Okay, ich weiß es auch. Wäre vielleicht taktisch früher gewesen, hätte ich das nicht wieder. Okay, okay. Wenn der der Dehau durchkommt, dann sterben wir ihn. Ich gehe mal lieber wieder hoch. Ich bin oben und decke die eine Seite hier. Kann man da oben nicht einfach mit dem APG? Hier reinschießen? Nein, ich glaube nicht. Das Fenster ist nicht zugebaut. Aua, scheiße. Da ist irgendwo ein Heckenschütze. Heckenschütze! Ein Schnipper. Ein Schnipper. Ein Schnipper? Schnipper sind die schlimmsten. Ein Schnipper. Ich habe einen. Das ist einer von unseren. Im Smoke kann man auch die Namen nicht sehen manchmal. Das ist mega nervig. Ich habe wieder einen. Da ist gerade eine Frack-Grenate explodiert und jetzt dackeln da Leute von uns hin. Alles klar. So, wir sind gerade im Friseur, ne? Wir kommen jetzt auch mal. Ich sitze direkt bei ihr. Ich bin mal so vollgemeine Informationen. Boah, fuck, Alter. Da sitzt irgendwo einer um die Ecke. Ja, komm. Oh, ich bitte euch. Ja, bitch. Michael, du bist eine miese Whore, weißt du das? Du musst schneller reagieren. Schneller reagieren. Ich habe eine verdammte Schroffinther. Was erwartest du? Du musst schneller reagieren. Michael, du bist eine miese Whore. Und wie, Michael, das ist. Michael, das ist die mieseste Whore von allen. Nein. Spaß. Nein. Nichts da. Oh. Nein. Michael, jetzt geht es auf die Fresse. Wir müssen tierisch aufpassen, dass sie nicht einfach mal an die Treppe hochkommen. Das ist ja keiner die Treppe-Decke. Ich bin der Einzige bei ihr. Kommt mir sogar so vor, ne? Das kommt der Schnur so vor, mein Junge. Das ist auch so. Oh. Oh, bitte. Wir müssen aufpassen. Vorsicht, die sind hinten. Die kommen hinten von dem Haus, wo man hinten hochgehen kann. Scheiße, da hinten, direkt, wenn ihr beim Friseur ist, dann auch rausgeht. Da, wo das Bild von, äh, ähm, ähm, oh mein Gott, dead aim, von, oh mein Gott, der getroffen. Ähm, da bei dem Bild von Saddam Hussein, da links daneben sind die. Köln Fried Chicken. Köln Fried Chicken. Ja, völlig tot. Das ist knapp. Oh, scheiße. Los, Bier hat schlau. Ich darf das sagen, einer aus so einem Team heißt so. Alex, du bist du gerade, wo bist du? Der GE. So, gut. Kann immer sich hier einer durchschlingeln und dann hier auf einmal auf der Matte stehen. Oh mein Gott, das ist einer vom Wein. Hab ihn. Ah, war das mich, ja? Auf jeden Fall. Nice. Mit dem süßen Lächeln von, äh, Saddam Hussein. Security 2 zu 0. Oh, ich glaub, wir haben gewonnen, oder? Warst du schon? Ja. Also Leute, wir hoffen, wie hat die Pitee gefallen. Bei mir war es am Anfang ein bisschen happelig. Aber naja. Wann kann das bei diesem Spiel nie wissen? Es gibt eigentlich niemanden, der immer irgendwie extrem positiv ist und so geil gut. Irgendwas kann immer passieren. Ja, ist okay. Ähm. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Haut rein, jo. Tschüss.